Das Service entschieden. Los geht's. Ein super Pfeiler. Haben ja eine sehr, sehr gute Vorhand. Sicherlich der bessere Schlag. Die von Bayern werden aussprechen. Die sollen auch erwähnt werden, denn die stehen dem Organisationskomitee. Im zweiten Platz in Wangshu in China. Bei den Asien-Championships, bei den Asien-Meisterschaften. Also hat er auch immer wieder aufhorchen lassen. Superballwechsel, wie gesagt, in Wilenia 2008 in Shanghai und 2007 in Zagreb. 11.5 So, der erste... ...Besiegt mit 4 zu 2. Dann den Franzosen... ...Spitze. Katsuhiro gar nicht ins Spiel kommen. Katsuhiro viele Fehler begeht. Das war jetzt... ...Muss am Tisch bleiben, darf nicht zu viele Fehler machen, aber das ist natürlich einfacher gesagt. ...Wir bemerkt ihn so brandgefährlich. Spielt einen klugen ersten Scheu. Vorher hoch! Vorher hoch! Vorher hoch! Vorher hoch! Entscheidet sich für eine lange Aufschlag-Variante. Vorher hoch! Vorher hoch! Vorher hoch! Vorher hoch! Ja, ja, das ist wichtig. Vorher hoch! Sensationell Reaktion, Sensationell. Olympiasieger hat Satz 2 überraschend verloren. Das wir hier ja live gesehen haben gegen den... Beide acht. Zwei Satz. So und jetzt. Guter Aufschlag, gute Qualität bei diesem Service. Vielleicht der letzte Satz in diesem Viertelfinalduell zwischen Haus... Im Finale. Gegen Cancite gehen kann. Wahnsinn, Wahnsinn! So und jetzt. Da noch zeigen. So jetzt einmal. Schaut vielleicht aus wie ein leichter Fehler. Ist es aber nicht. Drei Matchbälle, gut gekämpft, aber... Der wird's. Fertuation an Hauschei zu diesem glatten 4 zu 0 Sieg gegen den... ... ... ... ...